Dawkins hat aus mir so eine Art Super-Soldat gemacht. Übermenschliche Willensstärke. Überdurchschnittliche Führungsqualität. Schießt mich wieder ganz zum Amt. Hör mal, du Drecksack! Oh! Kommando, eine weitere Ortung von Kontrollknoten-Chips der Skaiens. Ja. Nein. Kaya, abhauen. Eine extreme Anpassungsfähigkeit. Was? Buh! Euer Rettung greift mit dir. Doktor Dunst. Nein! Das bist du. Oh, je. Oh, je. Oh. verdammt sehr schön gerade noch ausgewichen das ist doch schon tot nein der war doch schon tot der war doch schon tot wo ich meine Schub kann mal weiter damit er ist guter Anfang von eben kann ich ihn ins Haus locken er hat mich durch die Wand gekillt er hat mich durch die Wand gekillt er hat mich da mist Wieso? Nein. Was? Oh Gott kommt. Oh, so haben wir uns da hinten hart gegeben. Interessant. ich bin tot mach es, mach es zu Ende ich habe doch sicher Angst im sonnen Licht das ist ein fetter Kampf gleich das ist dann glaube ich gespeichert Junge nur den One-Shotten-Zarek ja nur ich werde gewone-Shotten ups sag ich ja den One-Shotten-Zunge in Zunge wo gehst denn hin schwein 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 Nein! Geh mal auf mein Mann an. Okay, wenn du das sagst. Gehen wir dann wieder raus. Nee, nee, ich muss doch einfach nicht auf Nahkampf gehen mit denen. Das ist die bessere Lösung.